ja in bereichen in den alltags nutzer auf maschinen stoßen ist es sinnvoll sich bei der menschmaschine interaktion an der zwischenmenschlichen interaktion zu orientieren dann können menschen einfach mit maschinen ähnlich kommunizieren wie mit realen menschen und wenn sie sich vorstellen man hat so ein team bestehend aus mehreren menschlichen nutzern und robotern wenn man jetzt eine spezielle interaktionsform benötigen würde für die roboter und noch mal eine andere für die zwischenmenschliche interaktion würde zum beispiel kein gemeinsames gespräch stattfinden können ich möchte aber jetzt nicht sagen dass man grundsätzlich menschmaschine interaktion braucht die an der zwischenmenschlichen interaktion oder die zwischenmenschliche interaktion ist simuliert es gibt bereiche da dient ein roboter als werkzeug dann muss das ganze effizient gehen und man interaktion nicht unbedingt mit natürlicher sprache wir haben ja ein navigationsgerät im fahrzeug da liegt es auch nahe dass man natürliche sprache verwendet dann der ganze bereich ausbildung also wenn man beispielsweise roboter verwendet kindern etwas beizubringen oder umgekehrt wenn kindern robotern etwas beibringen um selber etwas zu lernen zum beispiel bessere rechtschreibung dann viele therapeutische bereiche also auch zum beispiel für im bereich auch autismus dass man roboter einsetzt weil man dann die fülle der zwischenmenschlichen signale auch kontrollieren kann um die leute nicht zu überfordern und ich hatte im vortrag noch ein beispiel genannt für virtuelle charaktere nämlich soziales coaching das klingt vielleicht erst mal wie so ein widerspruch roboter maschinen um menschen sozialverhalten beizubringen aber in der tat eignen sich virtuelle charaktere sehr gut um rollenspiele zu simulieren also man hat ein virtuelles gegenüber und kann dann bestimmte szenarien so oft man will durchspielen zum beispiel job interviews es gibt natürlich sehr viele möglichkeiten für rollenmodelle man hatte auch studien durchgeführt zum beispiel gibt es eine gewisse evidenz im sie in sicherheitsdienst da bevorzugen leute einen männlichen introvertierten roboter wenn es um pflege geht bevorzugen leute einen weiblichen extrovertierten roboter dann gibt es studien zur persönlichkeit von robotern sollte zum beispiel der roboter eher introvertiert oder extrovertiert sein und die studien sind widersprüchlich und was wir deshalb gemacht haben wir haben leuten einen roboter überlassen und die konnten den roboter während der interaktion bewerten also daumen runter oder daumen hoch und dadurch den roboter an sich anpassen also beispielsweise ob der roboter eher extrovertierter wird oder introvertierter oder ob der roboter eher wie ein gefährte sich entwickelt oder hat er wie ein konkurrent beispielsweise wenn leute mit dem roboter ein spiel spielen manche leute haben es gern wenn sie herausgefordert werden also wenn der roboter zum beispiel sagt ich wette du machst schon wieder keinen punkt und andere leute haben eher bevorzugen einen kooperativen roboter der hilft und wir haben das auch mit älteren menschen durchgeführt und die meisten leute haben den roboter so an sich angepasst dass er eher wie so ein gefährter war und nicht wie ein konkurrent und einige leute haben es auch gesagt naja in meinem alter muss ich jetzt nicht mehr unbedingt konkurrieren ich habe das erreicht was ich erreichen wollte und deswegen ist mir der roboter als gefährte einfach lieber ja also ist der film frank und der roboter und ich denke dieser film der aus diesem film kann man in der tat viel lernen also frank ist sein älterer herr und sein sohn kauft einen roboter für frank und frank kann erst mal mit dem roboter nichts anfangen kommt dann auf die idee dass er den roboter einspannt für haushaltstätigkeiten also so das übliche der roboter als sklave und frank war in seinem früheren leben ein bankräuber und aus altersgründen ging das nicht mehr und dann kann man auf die idee okay mit dem roboter geht es vielleicht doch noch und die beiden haben dann einen plan aus gehackt wie man einen solchen rauch noch durchführen könnte und was sagt uns das ganze ja hier hat man ein beispiel wo der roboter jetzt nicht den frank ersetzt oder aufgaben komplett von dem frank übernimmt sondern wo roboter und frank zusammenarbeiten gemeinsam ein problem oder eine aufgabe zu lösen zu der der frank alleine nicht mehr in der lagerfeld